guten tag und herzlich willkommen zu meiner dritten folie minecraft ich habe nicht weiter gespielt und ich weiß auch nicht ob die musik wieder zu laut ist aber egal ich habe gemerkt hier ist noch ein stück baum das müssen wir unbedingt weg machen hässlich aus und dann gehen wir mal schlafen ach ja warum brennt das hier hier bevor du auch noch stirbst hier hier war das auch noch mit dass ich da hässlich aus hier noch wir haben in der letzten folge das erste mal ein monster gesehen und da es dunkel ist gehen wir erst mal schlafen ich habe nicht überlegt was heute machen aber haben wir holz ja ein bisschen auch erst mal bringen wir hier egal kommt erst mal hier rein die saplings blumen alle wir machen erst mal das haus jetzt habe ich hier der baum muss weg ja das ist erstmal die die richtige größe ja oder ja doch kann man ja weg machen ist hier nichts drin oder und die achse ist gleich kaputt hier wird natürlich auch alles wieder mit erde unterfüttert und so und den eingang den möchte ich hier im haus haben hey du scheißbaum jetzt ja haben wir noch zu fächeln heute ne alles kacke hier ja leck man was ist denn das hier also bei der letzten aufnahme war das alles ein bisschen besser und hier kommt dann fast nennen so ja hier kommt dann ein bisschen her auch noch mehr zu kaufen sieht auch nicht schön aus wird alles noch und hier kommt der eingang fenster so ja da muss doch die ganze erde hier weg aber das ist gar nicht schlimm vielleicht arbeite ich ja auch mal mich teppich das habe ich noch nie gemacht in minecraft irgendwie lädt das heute hier richtig um den boden werde ich aus diesen hellen dunklen holz ich weiß nicht ob das das holz da hinten ist und die decke werde ich aus bürger machen das haus ist doch ganz schön groß aber ist egal die schaufel ist auch gleich wieder kaputt alles geht hier heute ganz schön schnell kaputt da da machen wir gleich mehr hier komm mal her kann ja nicht schaden denn brauchen wir eh von daher wieso fange ich eigentlich mit dem boden an ich sehe gerade die folge ist gleich vorbei aber wir machen noch diesen boden zu ende beziehungsweise den sind die er hat weg aber ich mache jetzt kein nur fackeln Ja, da war zwar einer, aber egal Leck So So Folge ist beendet Wir sind nicht sehr weit gekommen, aber es gibt ja heute noch eine zweite Folge Also bis dann Tschüssli Tschüssli